hallo youtube und willkommen bei war of roses ja und ich habe soweit gespielt dass wir den charakter anpassen können und jetzt will ich mal gucken wie das so aussieht wenn wir erstmal den kanz okay der sieht ja netz aus netz aus holz nicht schlecht nicht schlecht aber wollen wir nicht helme light helmets wir machen uns ein okay heavy helmets medium helmets okay Ja anscheinend können wir jetzt hier nicht so viel machen, den nehmen wir jetzt einfach mal Hunter, weil ich will Main Web, ah hier, ähm, nein, achso, den Perk, Perks, Officer Perk, Defensive Perk, A, Demo, Archer, Nimble Might, Longbow, Perches, und den packen wir direkt rein dann, okay, jetzt können wir, Two-Handed Axes, auch cool, ähm, Crossknife, Bows, Longbow, Huntingbow, Warbow, ah, schade, für den Longbow müssen wir Level 17 sein, Armbrüste Level 9, Zweihandschwerter Level 30, Lanzen, boah, ich dachte wir können uns jetzt hier so einen coolen Assassin machen hier, mit dem geilen, äh, äh, ne, hier Clothing Hood oder so, und, ah, schade, warte mir bis Level 27, packe ich mir die Kappe da drauf, ah, schade, schade, Sidearm, Cubes, extra, ne, Schwerter, boah, das wär geil, hier Level 44 dem das Longsword zu geben, naja, boah, ja, werden wir wohl erstmal weiter den Longbowman nehmen, ich weiß jetzt nicht, welches Level Level 17, so, Fat Sharks, oh, alle voll oder was hier, schade, egal, probieren wir es einfach raus, wenn man, schade, na, müssen wir in den reingehen, ah, müssen wir in den reingehen, ja, das werden wir jetzt tun, den Feind töten, für Spieler genug anscheinend, ne, ich treffe, nein, ich treffe einen von uns, genial, ich bin ein genialer Schütze, danke schön, ihr heilt den, dann krall ich mir den, dann kann ich euch die Exekution auch direkt zeigen, zack, oh, das ist brutal, okay, XP kriegt man anscheinend hier auch, ich will hoffen, dass es auch so bleibt, aber die Zeit ist gleich schon vorbei, sehe ich gerade, und wir haben ja nicht richtig viel gemacht hier, oh, treffe ich anscheinend nur noch welche von uns, oder was, ah, ah, jetzt geht es in den Nahkampf, zack, und jetzt die Exekution mit dem Schwert, wenn es geigt, zack, und, ah, ah, das ist brutal, und, ah, 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 ah Ja, genau.